Ein wirklich seltenes Ereignis in der Verschwörungsszene. Es erzählt jemand mal die Wahrheit. Wir erhalten damit einen einmaligen Einblick, wie es so läuft und warum es so schwer ist, darüber zu sprechen. Denn gut kommt das bei den Anhängern nicht an. Ihr seid beim Kanal Verschwörungen und Fakten und das geht so. Hier seht ihr gleich mal, wer den ausgepackt hat. Es ist kein geringerer als Heiko Schrang. Ein wirkliches Urgestand der Verschwörungsszene in Deutschland. Er ist seit weit über 10 Jahren am Start und verfügt mit 164.000 Abos über eine beträchtliche Reichweite. Wie ihr ja wisst, sind Verschwörungsfans nicht gerade offen, wenn es um meine Argumente geht. Aber wenn die Entzauberung von den eigenen Leuten kommt, dann könnte ja was gehen. Schauen wir mal. Was ist denn überhaupt passiert? Heiko Schrang scheint eine etwas frustrierende Zeit hinter sich zu haben. Und Frustration führt ja manchmal dazu, dass man die Wahrheit sagt. Die meisten Ausschnitte, die ich jetzt bringe, kommen aus einem Interview. Auch die Interviewsituation wird sicherlich hilfreich dabei gewesen sein, dass endlich mal Tacheles geredet wird. Denn in einem Gespräch sagt man ja doch manchmal Sachen, die man in dieser Offenheit bei einem geskripteten Video nicht bringen würde. Das Beste dabei ist, dass das Ganze nicht einer gewissen Komik entbehrt. Daher lautet unser Motto wie folgt. Hören wir das jetzt mal wirklich an und schauen mal, was das mit mir macht. Ich gehe jetzt mal in den Wald mit Heiko Schrang. Da werden wir also im Wald mit Heiko Schrang. Schön, nicht wahr? Aber Moment, man geht ja nicht einfach mit einem fremden Mann in den Wald. Man will ja erstmal wissen, was das für ein Typ ist. Auch hier lassen wir die Jungs doch einfach mal selber zu Wort kommen, um sich einzuordnen. Es ist halt das eine, wenn du im Außen erwachst und erkennst, okay, Politiker sind korrupt, okay, Mondlandung, da stimmt irgendwas nicht, okay, Chemtrails über uns, das ist mies. Und du siehst halt alles rumherum, was da eigentlich schief läuft und so. Oh, okay, na, da gehen wir doch besser wieder zurück in den Wald. Vorausgesetzt natürlich, es gibt wirklich einen Wald. Nicht, dass der auch nur inszeniert ist. Wie auch immer, an dem Ausschnitt erkennen wir gut, dass es sich hier um Menschen handelt, die ein geschlossen, verschwörungsideologisches Weltbild haben. Nichts ist, wie es scheint, hinter allem steckt eine weitere Ebene. Umso erstaunlicher ist, was jetzt kommt. Wenn ich mir die letzten Jahre so angucke, muss ich feststellen, dass so eine Panik verbreitet worden ist, auch in unserer Szene und ich kann mich da nicht ausnehmen. Also das alte Schrank-TV-Format war ja auch aufgebaut, auf, sag ich mal, was ist passiert, wo wir mal belogen und so weiter. Ach, das ist ja interessant. Die Verschwörungsszene hat Panik und Angst verbreitet? Nee, oder? Bist du dir da sicher, Heiko? Wir selber, ich nehme mich nicht aus, haben auch einen Scherbenhaufen hinterlassen bei den Menschen. Angst, Angst, was die Medien ja sowieso machen. Das ist doch mal eine bemerkenswerte Aussage. Dass die Verschwörungsszene auf Angst und Panik verbreiten aufgebaut ist, ist sicherlich keine neue Erkenntnis. Aber es als Selbstreflexion von jemandem zu hören, der jahrelang selber dazu zählte, ist mal eine andere Qualität. Dass der Meister Popper der Verschwörungsszene dies so anspricht, resultiert meines Erachtens aus einer gewissen Frustration. Diese sieht man in dem kommenden Clip ganz gut. Ab zu kürzen, natürlich haben wir Einbußen ohne Ende in der Aufrufzahl. Wenn du das anguckst, guckt ja kein Mensch mehr. Und schon droppt er die nächste Wahrheit. Unglaublich! Pfeif von der Leber weg erklärt uns Herr Schrank, woher die Motivation kommt, Panik und Angst zu verbreiten. Es ist ganz einfach. Wenn du es nicht tust, bist du raus aus dem Game. Du gehst regelrecht auf Tauschstation. Das guckt dann kein Mensch mehr. Oder aus der Sicht des Verschwörungsverbreiters? Dass viele gegangen sind von SchrankDV, die satten Nö. Also der ist mir jetzt aber zu positiv, weil der macht, das ist ja, nee. Also ich möchte weiterhin mit dem Hammer einer raufkriegen, finde ich besser. Fühlt man sich ja, ist eine Art von Masochismus. Und genau hier sehen wir den Druck, der auf den Leuten lastet. Sie müssen etwas Negatives bringen. Sie müssen die nächste Verschwörung aus dem Hut zaubern. Sonst läuft es einfach nicht mehr. Es geht nicht nur die Aufmerksamkeit flöten. Natürlich bedroht so etwas auch das Geschäftsmodell. Und an der Stelle sollte jeder, der wirklich an Verschwörungstheorien glaubt, mal kritisch hinterfragen, ob die neue Theorie, die jetzt auf den Markt kommt, wirklich dazu da ist, um eine Verschwörung aufzudecken oder einfach, um ein Geschäftsmodell am Laufen zu halten. Und genau den Aspekt gucken wir uns jetzt näher an. Denn die beiden reden recht offen darüber, wie damit Geld gemacht wird. Nehmen weiter, mein Antidepressiver findet besser, dass ich mir noch, wie ich so ein Lagerhaus anmiete, für die Konserven, die neuesten, die rauskommen für die nächsten 50 Jahre. Ich habe die Wahl zu sagen, die 100. Konserve, die jetzt 20 Jahre hält, hole ich mir jetzt. Und dann hole ich mir noch das, 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 alle Notstromaggregate der Welt. Ist okay. Das Rezept ist so simpel wie effektiv. Angst wird verbreitet und danach werden Produkte angeboten, um diese Angst beherrschbar zu machen. In dem konkreten Fall, den wir uns jetzt angucken, geht es um die Angst um einen Blackout. Und was hilft dagegen? Na klar, die eben von Heiko Schrank schon angesprochenen Notstromaggregate. Die Links zu den Dingern werden entsprechend verbreitet und bei jedem Kauf wird mitverdient. Dank den Recherchen von Josef Vollenburger vom CEMAS liegen uns dazu konkrete Daten vor. Und zwar bei keinem geringeren als Michael Wendler. Von dem absoluten Spitzenmonat hat er damals 41.000, da steht jetzt Euro, das stimmt nicht, 41.000 Dollar vom Kopfverlag auf sein Konto überwiesen bekommen. Im besten Monat. Im schlechtesten waren es 27.000. Sondern bei Michael Wendler war das immer besonders eindrücklich, wenn er vor dem kommenden Blackout gewarnt hatte, dann gab es danach einen Link zu einem Dieselgenerator. Und da hat er von den 650 Euro, die dann der Dieselgenerator gekostet hat, eben 20% an Provision mitbekommen. 20, 30, 40.000 Euro im Monat. Naja, ist ja nicht so ganz schlecht. So ein bisschen Panik mache, scheint ja recht lukrativ zu sein. Aber Leute, was wurde denn eigentlich aus diesem Blackout? Auch hier helfen mir wieder die beiden Verschwörungsbuddies aus dem Interview. Den schrecklichen Nachrichten und sowas. Ich habe das ja auch auf Telegram, weil ich ja auch dachte, jetzt jeden Moment, es kann jetzt morgen soweit sein, dass der Blackout kommt. Und habe das auch immer wieder gebracht. Ja, guck, guck, guck und jetzt bald und jetzt passt auf und sowas. Mittlerweile denke ich halt auch, ja, jetzt hätte ich mir eigentlich alles sparen können. Weil es ist ja das im Endeffekt so nicht eingetreten, wie wir uns das eigentlich gedacht haben. Im Vergleich zu einer anderen Sache ist der Dieselgenerator aber ein kleiner Fisch im Teich. Ich spreche hier von den sogenannten Crash-Propheten. Ob Marc Friedrich, Markus Krall oder Max Otte. Alle verdienen einen Haufen Geld damit, dass sie vor einem möglichen Finanz-Crash waren. Hier reden wir über ganz andere Summen und sind schnell im Zick-Millionen-Bereich angelangt. Auch Heiko Schrang war in diesem Feld unterwegs und entlarvt auch diese Geschichte recht gekonnt. X Leute haben Bücher geschrieben, der Crash kommt, ich sage den Namen, obwohl es ein Buch gibt, was so heißt. Aber jetzt kommt der Crash und der Crash, jetzt ist er da und jetzt bricht die Welt auseinander und jetzt müsste er konserven, müsste er wirklich im Keller stapeln bis zur Decke oben. Ich habe mich nicht ausgenommen, ich habe selber so weit gemacht. Jetzt kannst du schon wieder wechseln, weil das Ablaufdatum da ist. Was Heiko Schrang hier macht, ist eigentlich das Normalste der Welt. Er beschreibt einen einfachen Prozess. Er hatte eine Idee zu einer Sache. Die Fakten haben diese Idee widerlegt. So einfach, aber doch so erfrischend für die Verschwörungsszene. Aber ich habe ja schon ausgeführt, dass sowohl ökonomische Interessen als auch die Angst vor dem eigenen Gesichtsverlust dagegen sprechen, dass solche offenen Aussagen getätigt werden. Und genau das wird im Interview auch bestätigt. Apropos sich irren und das zugeben. Dazu fällt mir doch glatt ein alter Clip von Gunnar Kaiser aus dem Jahr 2020 ein. Er ist auch aus einem Interview. Hören wir mal rein. Dazu erinnern wir uns kurz, was der Panikverbreiter Gunnar Kaiser so behauptet hat. Er warnte nicht nur vor einem Great Reset, sondern auch von einer globalen planwirtschaftlichen Zentralregierung. Es ist schon bizarrt, dass man angesichts der aktuellen Weltlage mit solch einem Humbug den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen konnte. Hier können wir ja mal ähnlich vorgehen wie Heiko Schrang und einfach den Faktencheck machen. Was ist denn die persönliche Konsequenz für Gunnar Kaiser im Jahr 2023? Gucken wir dazu mal auf sein Telegram-Profil. Ah ja, er macht einen mehrwöchigen Trip durch die USA und fragt seine Follower danach, ob sie nicht Tipps für ihn hätten. Na, wenn so der Great Reset und Co. aussehen, dann immer her damit. Und hat Gunnar Kaiser bis heute eingeräumt, dass er sich geirrt hat? Aber die meisten, die haben nicht den Schneid dazu zugeben. Aber genug von diesem Exkurs. Heiko Schrang macht nämlich noch einen sehr wichtigen Punkt und führt dazu an, was es eigentlich bedeutet, als Verschwörungsfan sein Leben nach Panik und Angst auszurichten. Alle haben recht. Irgendwann gibt es doch ein Blackout. Aber was habe ich davon, wenn ich vorhin sterbe? An Herzinfarkt, an Schlaganfall, an Depressionen, was auch immer, weil ich so dermaßen in der Negativität bin. Klar ist, dass Heiko Schrang das hier nicht aus einer Nächstenliebe sagt. Er will damit auch etwas verkaufen. Er bietet nämlich esotere Kurse und ähnliches an, damit die Leute sich mit etwas Positivem beschäftigen. Aber dennoch hat er hier einen Punkt. Man muss sich doch einfach mal fragen, was einem so ein persönlicher Verschwörungsglaube bringt. Und die Antwort darauf gibt Heiko Schrang ja schon recht gut. Im Endeffekt nimmt man sich die Chance auf ein zufriedenes Leben. Wenn man jetzt rational an das Thema herangeht, müsste man, wenn man auch nur ein bisschen Zweifel daran hegt, dass diese ganzen Verschwörungsstories wahr sind, aus reinem Selbstschutz den Weg gehen, dass man sagt, komm, ich beschäftige mich lieber mit etwas anderem. Das bringt mir doch in meinem persönlichen Leben gar nichts. Aber so funktioniert es offenbar nicht. Sonst wäre der Verschwörungsglaube nicht so stark verbreitet. Und auch dafür nennt der YouTuber Schrang einen recht guten Grund. An der Stelle möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass das nicht irgendwer sagt. Der Mann hat wirklich jahrzehntelange Erfahrung in der Szene und kennt sehr, sehr, sehr viele Leute, die an Verschwörungsglauben hängen. Wer jetzt also selber aus der Szene kommt und beispielsweise wissenschaftliche Studien, psychologische Studien, anzweifeln will, der kann auch einfach mal angucken, was ein Heiko Schrang in seiner anekdotischen Evidenz, aber mit wahrscheinlich hunderten von Fällen, selber für Schlussfolgerungen zieht. Das ist schon sehr aufschlussreich und aus meiner Sicht ist da sehr vieles dran. Gleichwohl, das muss ich einschränkend sagen, will ich hier nicht der anekdotischen Evidenz das Wort reden. Wissenschaftliche Studien sind mir am Ende schon lieber. Jetzt könnte ich das Video beenden und Heiko Schrang würde schon ein bisschen als eine Art Held dastehen. Aber das wird nicht passieren. Denn so erstaunlich seine Wahrheiten sind, die er über die Szene gebracht hat, umso kurioser ist es dann noch, dass er seinen Worten kaum Taten folgen lässt. Ich habe euch dafür mal eine Übersicht eingeblendet, welche Videos er als letztes hochgeladen hat. Und was wird hier verbreitet? Angst und Panik. Da steht dann, das läuft wirklich im Hintergrund ab. Schockierend. Hitze-Lockdown, die größte Lüge unserer Zeit. Achtung, damit hätte keiner gerechnet. Vorsicht, das soll euch verschwiegen werden. Etc, etc, etc. Also von wegen vom Saulus und Paulus. Vielmehr sagt sich Heiko Schrang trotz seiner Analyse. Egal. Das ist dann doch das Tragische an Figuren wie Heiko Schrang und Co. Sie können nicht aus ihrer Rolle raus. Sie sind Gefangene. Dabei besteht das Gefängnis bei den Verschwörungsunternehmerinnen und Unternehmern meistens aus ökonomischen Zwängen, bei ihrem Fenstergegen eher aus persönlichen und sozialen Umständen. Ich denke, das Video hat einen sehr guten Einblick in die Verschwörungsszene gegeben. Endlich werden harte Realitäten mal aufgezeigt und offengelegt. Ich würde mich freuen, wenn das Video den ein oder anderen Verschwörungsgläubigen dabei hilft, aus der Szene auszusteigen, indem ein Selbstreflexionsprozess einsetzt. Daher freue ich mich sehr, wenn ihr das Video an solche Leute schickt. Allerdings braucht ihr es nicht an folgende Personen schicken. Robert H., Marc Platz, Fabian Schild, Lea Fox, Lennon, Uwe, Jens, Julian, Chris Schäfer, Valentin, Claudia, Christian, Koshi, Thorsten, Andrea, Daniel und die Anonymen. Denn diese unterstützen mich auf Patreon. Und wer mich auf Patreon unterstützt, hat schon bewiesen, dass er genug Selbstreflexion geleistet hat. In diesem Sinne teilen, teilen, teilen und bis zum nächsten Mal. Ciao!